Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar ein ganz spezielles, nämlich habe ich mit dem Schachpanda eine Zusammenarbeit mal gemacht. Ihr seht, ich bin hier auf dem Kanal von dem Schachpanda. Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, dann geht da unbedingt mal drauf und schaut euch die an. Da bekommt ihr extrem viele gute Content geliefert, von Eröffnungen über Endspiele, aber auch für Einsteiger, Bauernstrukturen und so weiter und so fort. Richtig gute Sachen, schaut euch die unbedingt mal an. Und ja, weil David, der hat auch DBZ 2300 und da ist natürlich eine richtig gute Qualität da. Und da kann man auch mal schöne Sachen zusammen machen. Und wir haben schon einiges überlegt, Eröffnungsrappertoire oder Endspiele aus der Praxis von Vereinsspielern und so weiter. Wir sind da am Tüfteln und am Grübeln. Und jetzt heute haben wir jetzt erstmal ein Video aufgenommen über Taktikaufgaben. und das ging so lange, dass 30 Minuten, da haben wir das gesplittet. Die ersten 15 Minuten sind bei Ihnen zu sehen. Geht da unbedingt mal auf den Kanal drauf, Schachpanda. Schaut euch die ersten 15 Minuten an. Hier folgen jetzt die zweiten 15 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, wir sehen uns. Jetzt spielt der Dame E2. Gut, E4 ist immer noch... Dann gibt er die Qualität ab. E4 ist genau, wahrscheinlich tut er. E4 ist immer noch solide gedeckt. Und wenn wir jetzt Springer C4 hängen, dann hängt der Läufer und der Turm. Und dann wird er wahrscheinlich seinen Läufer wegziehen und dann ist der Turm weg. Und wenn er nach Springer C4, Turm A nach E1 spielt, dann können wir immer noch F5 spielen. Ja, oder... Oder ja, ich dachte, wir könnten F5 spielen, dann hängt der auf A3 noch. Achso, oder wir nehmen... Wir können natürlich aber auch einfach sofort schlagen. Wir können auch die Qualität mit, ne? Ja, dafür sollten wir keine Angst haben. Ne, das machen wir mal. Gut, Springer D2. Ah, guck mal. Jetzt können wir nicht auf A3 nehmen. Wenn wir jetzt mal A3 nehmen, dann verlieren wir hier auch eine Figur. Aber wir können jetzt einfach die Qualität wieder nehmen. Und wenn er hier auf E4 nimmt, können wir den auch einfach wieder nehmen. Genau. Und wenn er mit der Dame auf E3 nimmt, können wir sogar noch auf G2 schlagen. Achso, ja, dann können wir sagen, ich wollte den Zahm hier zurückziehen. Aber du hast recht, wir können natürlich dann auch noch gleich da weitermachen. Ja. Gut, oder? Das sieht gut aus, oder? Ja. Gut, jetzt würde mich hier mal interessieren, was der Computer sagt. Also, Tome E8, Läufer A3, Starme E2. Ne, warte mal einen Moment. Hier ging es ja los. Wir haben Springer A5 gezogen. Wenn er jetzt, wir hatten ja mal Dame und C1 uns ursprünglich überlegt, ne? Wie katastrophal Springer C4 schon ist. Wenn er jetzt wirklich Tome E1 spielen sollte, ja, das ist einfach, äh, einfach schlimm. Hier tauschen. Ich glaube auch, ne? Aus menschlicher Sicht. Jetzt muss er ja auf E8 nehmen. Genau, ich dachte auch, das ist so. Okay, schlägt F6. Und man kann auch, äh, Tome E6 schlägt da sogar, genau, noch schlimmer ist wohl scheinbar. Ah, Tome E6 sieht natürlich schon vernichtend aus. Die ganzen Schwerflüge. Ich glaube auch, ne? Der Läufer A3. Und dann ist hier wieder dann dieses Tempo auf den A3, weil der einfach, ähm, die Dame bindet. Der ist natürlich katastrophal, dieser Läufer, ja. Ja. Super, 10 Punkte wieder. Wunderbar. Da kommen wir der Sache wieder näher. Gut, dann schauen wir mal, wie sie weitergeht. So, weiß hat hier gerade auf H5 genommen. Materiell, 1, 2, 3, haben wir jetzt irgendwie zwei Bauern schon weniger. Gut, da müssen wir ein bisschen was tun. Aber gut, äh, heterogene Rochaden, ähm, Angriffs-Schonken. Oh. Äh, wie, wie, Anastasias-Matt? Du hast es schon geahnt. Ja. Sag dir das irgendwas? Ah, ja, du hast es irgendwie schon geahnt, ne? Mit Springer C5. Vom Motiv. Äh, genau. Also dieses Anastasias-Matt. Ähm, an, ich hatte es auch mal bei mir, da steht ein Springer dann hier. Man hat hier irgendwie auf H2 geopfert. Und die schwarze Dame taucht dann hier auf. Und der König hier. Und das ist dieses Anastasias mit diesem schönen, äh, das Schöne ist ja, es muss ja nicht mal eine Dame, also hier steht der Springer, hier steht der König. Und dann reicht auch, wenn der Tor mir auftaucht, natürlich ohne die weiße Dame. Und dieser Springer nimmt nämlich beide Felder auf der Gehlinie, die der König noch hat. Ja, also das ist komisch, ne? Also dieses Anastasias-Matt habe ich jetzt so viele Aufgaben gemacht in den letzten Wochen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das sieht so offensichtlich aus, ne? Ja, aber ich finde das ein sehr schönes Motiv, weil es, wenn man es nicht kennt, einfach so unintuitiv ist. Weil das so merkwürdig aussieht, diese Figur, finde ich zumindest. Wenn man das Motiv kennt, dann sieht man es. Ja, Springer F4 sieht natürlich sehr natürlich aus. Ähm, insbesondere können wir ja, wir müssen ja auch noch den F5 erstmal im Blick halten. Turm A8 können wir noch nicht direkt spielen, sonst kommt hier. So, Springer F4. Also, wo geht die Dame hin? Ich würde sagen, sie sollte... Wenn die nach, wenn die auf der H-Linie bliebe, dann hätten wir irgendwann nach Springer E2, Schach, König H1, das Turm H8 mit Tempo sogar noch. Mhm, ich denke auch, die sollte nicht in die H-Linie gehen, um dieses Tempo... Glaube auch nicht. Ich würde, ich denke, sie sollte nach G5 gehen. G5 vielleicht, ja. Hält, bleibt nämlich den F4 an und hält den F5 auch im Blick, damit sie mal zur Not eben nach Turm A8, wenn man sich mit Dame F5 Schach retten kann. Also, ich glaube, das ist deutlich der bessere Zug. Auf H4 macht sie gar nichts und steht noch, äh, gibt es uns noch ein Tempo. Gut, dann ist G5. Jetzt hängt natürlich dann unser Springer auf F hier. Gut, dann kriegen wir über E2 mit Tempo auch wieder gerettet. Springer E2, Turm A8 und da bauen wir schon dieses Motiv. Und wenn wir dann Dame D6 zum Beispiel, was Dame H2 droht? Genau, ist natürlich ziemlich direkt das Ganze. Ja, genau. Immer so plump, dann habe ich in der Turnierpartie immer Angst, wenn ich so einen Zug machen würde, der Gegner mich auslacht, weil es so offensichtlich ist oder so. Äh, gut, aber irgendwie an Dame D6 glaube ich dann natürlich nicht, weil er dann einfach, das heißt einfach, kann er, er kann wahrscheinlich G3 spielen und diese Diagonale dann mit G3 einfach schließen. Ähm, so ganz, so einfach wird das meiner Meinung nach nicht gehen. Ich habe hier nochmal übrigens jetzt eine andere Idee gesehen, also weil diese, du hast recht, das ist Anastasia Matt, ähm, aber es ist, man braucht halt noch einen Zug, ne? Und da hat er eine ganze Menge Zeit in diesem Zug und das ist dann natürlich der Teil, wo Taktiken schwierig sind. Diese Stellezug, es gibt Taktiken, wo es funktioniert, aber hier habe ich, hat gefühlt, weil es, ja, so viele Züge irgendwie, ähm, eine andere Idee ist die, genau, die Dame, hat doch, äh, es fiel mir nämlich jetzt nach Springer F4 auf, dass die Dame schon sehr wenig Felder hat. Dame F6 ordentlich zu machen? Äh, genau, du hast es erraten, Dame F6 nimmt nämlich die letzten Felder von der Dame. Ja. Und nach Dame F6 hat die weiße Dame schon ein riesen Problem, sie kann auch nicht ziehen und sich irgendwie, ähm, befreien. Und ich wüsste sehen. Dame. Was kann er machen? Er kann die G3 probieren. Oder? Irgendwie um Dame H4 zu spielen? Ach. Aber auf Turm H8 kann er ja Dame H4 nicht spielen. Ja, klar. Mhm. Sieht auch super aus. Und ist wahrscheinlich viel forcierter, weil weiß nichts dagegen machen kann. Genau, also wie gesagt, ich denke, Springer F4 wäre für mich auch der absolut natürliche Zug und ist wahrscheinlich auch ein guter Zug, aber, äh, wie der gute Org hat mir auch immer gesagt, dass es ja diesen schönen Schachspruch gibt. Ich glaube, ist er von Lasker, wenn du einen guten Zug findest, äh, versuche noch einen besseren zu finden. Suche noch einen besseren. Ja, Dame F6 und ich sehe, also, das ist ja irgendwie sofort richtig übel. Die Dame kann sich, hat die Felder nicht mehr, hat gar kein Feld mehr und sie hat auch einfach gar keine Unterstützung da. Die weißen Figuren stehen alle hinten rum. Der Springer steht da schön, aber macht nichts. Ja, genau. Der Dame hat keinen Schach, der Springer hat keinen Schach. Und auf alle Befreiungsversuche folgt einfach Torma 8 direkt. Ja, äh, H4 müssten wir ganz kurz angucken. H4. Also als Zug H4. Also mit der Idee, dass du dann, ähm. Auf Torma 8, Dame G5 habe. Und dann, dann kommt das Anastasia, Matt. Dann kommt das Anastasia, Matt. Ah, super. Dann kommt's. Nochmal, Dame F6, H4, der H4. Jetzt kommt Springer F4, Dame G5. Wir tauschen die Damen ab. Die H-Linie geht auf. Wir spielen Springer E2 Schach. König geht raus und Torma 8, Matt. Super. Ja, geil, geil. Oh, das hat... Die Ideen kombiniert. Also wenn das die Lösung ist, guckt mal die Pfeile hier an. Boah. Also ihr seht, manchmal kann's auch so funktionieren. Sieht aber auch gut aus. Deswegen ist so eine Teamarbeit hier super. Wir hatten beide eine Idee. Und ich glaube tatsächlich, das ist... Also das ist... Selbst wenn's nicht die Lösung ist, ist es ein sehr schöner Weg. Ich denke auch, Dame F6 mit anfangen ist aber wichtig, ne? Um H4 zu provozieren, ne? Ja, jetzt macht er den. Das ist natürlich... Ah, boah. Absolut. Das ist ein richtiges Buh. Also das ist... Gut, nochmal checken. Aber den nehmen wir hier einfach weg. Unser D5 Springer ist gedeckt. Oder? Was sagst du? Oder hast du noch was stärkere im Petto? Ne, ich guck gerade nur... Wenn der Springer nicht gedeckt wäre, könnte man ja immer noch überlegen, ob man den noch... Ne, ne. Also schlag mal den Springer. Das ist gut. So, jetzt... Gut, jetzt wollen wir das aber mal sehen. Es ist natürlich... Oh, wir sind jetzt 2, 3, 96. Das wollen wir jetzt natürlich noch mal sehen. Lieber Computer. H4. Bitte sag uns. Ja, Springer F4. Ja, und jetzt spielt er nämlich Springer E4. Warum? Weil Dame G5 ist es immer noch nicht matt. Ach, weil die Dame nicht zurücknimmt. Wir tauschen sie von mir aus zuerst. Und jetzt kann er die Dame nämlich tatsächlich nicht widerschlagen. Er muss G3 spielen, alles andere ist matt. Und wir zeigen... Also das müssen wir jetzt einfach noch mal zeigen. Ja, genau. Matt in 2. Springer E2 Schach. Und wir haben das Anastasia-Matt tatsächlich auf dem Brett. Und... Also ich finde, in so einer Aufgabe sollte das irgendwie... Ich weiß, er spielt den stärksten Zug. Aber eigentlich ist das die Variante, die man noch sehen muss. Und das sollte irgendwie auch eingebaut sein, das zu spielen. Finde ich auch bei den Lösungen, ne? Gut. Ja, das... Super. Haben wir toll hingekriegt. Läuft doch. Ja, geil. Bam. Oh, da hat... Nein, noch. Schwarz hier gerade einen Springer von uns geschlagen. Und dementsprechend haben wir gerade einen Springer weniger. Aber das ist ja kein Problem. Wir kriegen ja jederzeit auf G3 zum Beispiel eine Figur zurück. Über Turm A3, G3. G3 sieht irgendwie auch sowohl verlockend aus, als auch das Einzige, was mir irgendwie Sinn zu machen scheint. Weil wir haben eine Figur weniger. Wenn wir die nicht widerschlagen, müssen wir irgendwie in diese anderen Aufgabe... Da müssten wir schon einen geilen Zug haben. Und Turm A3 ist ein sehr geiler Zug. Ich glaube auch G schlecht, H6, Springer F5 verbietet sich von alleine, glaube ich. Das ist natürlich sowohl positionell, als auch stellungsmäßig vom weißen Angriff eine riesige Katastrophe für Schwarz. Ich denke auch, ne? Von daher ist Turm A3 zumindest eine Alternative. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ja. Hat weiß einen Schach. Hat er nicht. Er hat keinen Schach. Die Dame hängt. Er kann auch nichts irgendwie dazwischen, weil er unsere Dame auch nicht gut angreifen kann. Genau. Dame F5 geht nicht wegen Turm F5. Ja, genau. Wenn er nochmal E6... Wird ihm auch nichts bringen. Wird ihm auch nichts bringen, nehme ich an. Zur Not kann unsere Dame einfach back in. Wenn uns gar nichts einfällt. Wenn uns gar nichts einfällt, nehmen wir vielleicht auf D3. und nach E mal D7 Turm G3 Schach und dann auf H6 nehmen. Achso, dann haben wir auch noch eine Figur. Achso, genau. Also genau, Turm A3 und dann hier nehmen. Und am Ende hier nehmen. Ja, das sollte auch reißen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Ja, die Dame hängt. Die muss weg. Und dann hängt der G3. Wo geht's hin? Ich wüsste... Ich sehe auf jeden Fall kein gutes Feld. Also ich meine, wahrscheinlich, wenn sie nach E2 gehen, nehme ich an. Wird zumindest das natürliche Feld. Man würde natürlich gerne noch auf diese schwarze Diagonale kommen, vielleicht, um irgendwie auf H6 dann wiederzunehmen mit der Dame. Das geht halt leider nicht. Super. Ich glaube, wir sind kurz vor 2-4. Ich denke auch, oder? Ich hoffe, wir haben jetzt hier nichts übersehen. Turm A3. Ja, gut. Der nimmt den jetzt einfach. Reicht das? Reicht das? Es reicht. Oh, 13. Warum gibt es denn 13? Oh, achte sie? Und die andere war doch viel schwerer und viel länger. Hier gibt es, glaube ich, eigentlich gibt es ja... Hat nur vier. E6 spielt er tatsächlich noch. Genau, deine Variante kann man auch noch stärker... Ja, aber es reicht natürlich vollkommen, diese Variante, die du hier gespielt hast, dass wir hier nochmal nehmen. König geht zurück. Und jetzt haben wir hier eine Figur mehr. Ja, und der D8 ist auch unter Kontrolle. Kann nichts passieren. Gut, wollen wir nochmal hier eine zur Feier der 2-4? Zum Abschluss noch? Genau, alles klar. Ich werde ja wohl keine neuen verlieren, um wieder runterzurutschen. Das wäre natürlich ein bitteres Ende. Gut, schauen wir mal rein. Also Schwarz hat hier gerade H5 gespielt und unseren Springer angegriffen. Wir haben hier eine Qualität weniger. Und der Läufer A2 ist im Spiel ausgeschlossen so halb, ne? Genau, genau. Das heißt, wir müssen durch den Bauern F6 gekennzeichnet. Sieht schon irgendwie nach Magnotiven aus, ne? G7 hätte ich auch gerne etwas stehen. Gut, dementsprechend würde ich mal den schnellsten Weg suchen, um mit der Dame nach G7 zu kommen. G7 hätte ich auch gerne mal den Sprenger schlägt, um mit der Dame nach G7 zu kommen. Wenn er den Springer schlägt, dann Dame H6 und dann muss Dame F6. Dann muss er jetzt die Dame opfern. Dann haben wir, was haben wir denn für die Dame? Dann haben wir Dame gegen Turm, ne? Wir haben die zwei Türme gegen die Dame, Läufer gegen Läufer und eine Qualität mehr. Aber unser Läufer, ja, den kriegen wir raus. Ne, das sieht gut aus. Also jetzt rein, mach hier erstmal. Also Dame H6, gut. Achso, mit König H7 kann er auch nicht reagieren, weil wir immer noch Dame H6 haben, solange der Springer hier steht. Sonst wäre König H7 eine gute Reaktion, um Dame H6 zu vermeiden. Wie kann er Dame H6 noch vermeiden? Kann er das überhaupt? Ja, das weiß ich schon gar nicht. Aber mir fällt gerade auf, wenn wir jetzt so einen Zug wie C3 im Ersten auch noch vielleicht einschieben, weil die Dame den F6 dann nicht mehr angegriffen halten kann. Kann die Dame irgendwas machen, das damit C1 H6 verhindert? Ja, ich habe jetzt so Ideen, dass er hier diesen Läufer opfert. Und dann vielleicht Dame, wenn wir den wieder nehmen, Dame D vom Schach spielt. Und dann kann er zum Beispiel vielleicht den nehmen und dann am Ende deckt die Dame von D5. Das heißt, dann nach Dame C1 könnte dann vielleicht G5 gehen oder so. Also ich glaube, er kann ja einen opfern, weil er auch gleich einen, er hätte auch eine Qualle mehr. Also er kann ja sowieso opfern, da hätte er nur Zweifel und diesen schlimmen Läufer hier hinten gerade. Und Schwarz hat auch noch eine Power. Er kann auch nach, vor allem kann er nach C3 Dame C5, Dame C1 auch sofort G5 spielen. Dann kann er nämlich auch dann G5 spielen und diese Idee zumachen. Genau, das heißt, das sollten wir ja nicht tun. Nicht, genau. Damit C1 sieht sehr viel zwingender aus. Er kriegt seine Dame hier nicht dazwischen. G5 funktioniert auch nicht, weil wir den einfach wegnehmen. Genau. Wenn er jetzt auf G2 Schach gibt. Das wäre natürlich die erste Frage, ob man den überhaupt nehmen muss. Wenn wir zum Beispiel nach H2 rausgehen. Vielleicht sollte man den einfach nehmen. Aber vielleicht kann man tatsächlich nach H2 rausgehen. Er hat keinen Schach. E5 ist gedeckt, F4 ist gedeckt. Dann kommt Dame H6. Jetzt kann er nämlich auch nicht mehr auf F6 nehmen, weil wir mit dem Springer wieder nehmen. Und das heißt, dann muss er uns irgendwie matt setzen. Aber er hat immer noch kein gutes... Er hat keinen... Vielleicht kann er uns matt setzen. Dann in dem Augenblick mit Dame D2. Nee, unsere Dame... Ah, geht auch nicht. Dame D2 ist auch gedeckt. Ich glaube tatsächlich, alle Schachs sind gedeckt. Und Läufer G2 ist sicherlich praktisch dann die beste Chance für Schwarz, um irgendwie über Schachs da zurückzukommen. Und ich glaube... Aber den könnten wir vielleicht übernehmen. Auf Dame D5 können wir immer noch Turm F3 oder irgendwas spielen. Dann kann er aber hier nehmen und wieder G5 spielen. Nee, wenn er auf G4 nimmt, haben wir Dame H6 wieder. Und dann haben wir den Turm noch zur Deckung des F6. Und dann haben wir im Vergleich zu eben noch diesen Läufer auf G4 noch zu sich. Dann muss er erst G5 spielen wahrscheinlich. Und dann werden wir ihn vielleicht nicht so direkt matt setzen. Und materiell ist das gar nicht... Guck mal, materiell ist das gar nicht ganz... Er hat eine ganze Menge Bauern. Wir haben ja nur noch... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er hat noch alle Bauern. Schwarz hat noch... Wir haben dann nur noch 1, 2, 3... Wir haben dann nur noch 5. Also er hat dann 3 Bauern auch noch. Oh, oh, oh. Sind unsere 2, 4 in Gefahr, David? Was machen wir jetzt? Also, ja, ich bin... Ich meine, wir könnten ja noch mal kurz einen Schach... Aber Springer H6 ist natürlich irgendwie relativ sinnlos. Dann geht er einfach nach H7 und da soll ja unsere Dame hin. Also da muss unsere Dame hin. Wir haben auch sonst nichts. Wir haben ja gar keinen Angreifer. Unser Läufer ist leider nicht dabei. Unser Turm hat eine sinnvolle Aufgabe, den zu decken. Aber das war's. Und noch ist ein Springer unser Angreifer. Das heißt, den dürfen wir jetzt nicht wegziehen. Und deswegen muss unsere Dame nach H6. Es muss irgendwie Dame C1 sein. Und dann müssen wir gleich nach Läufer G2 nochmal... Also ich bin mir sicher, es spielt dann König H2. Und das ist nämlich der Trick dieser Variante. Wir werden also zu unserem Glück erstmal gezwungen, dass wir Dame C1 spielen müssen, oder? Müssen wir, müssen wir, genau. In der Partie würde ich jetzt natürlich in so einer Stelle mir nochmal, je nachdem wie viel Zeit ich noch habe, aber wenn ich mir sicher bin oder wenn ich spüre, okay, ist es jetzt sofort aus oder nicht, dann würde ich mir jetzt hier auch eine halbe Stunde nehmen zur Not, wenn es sein muss. Weil das ist jetzt so Momente... Würde ich auch. Und das finde ich zum Beispiel bei Zeitanteilungen Taktik wichtig, das habe ich so gemerkt für mich, dass ich mittlerweile gut Momente erkenne, wo es wichtig ist zu rechnen. Es gibt viele Momente, wo es nicht so wichtig ist. Also man kann rechnen, weil man es komplizieren kann, aber man kann es auch sein lassen, weil man auch normal weiterspielen kann. Und früher habe ich in so ein Stellung viel Zeit reingesteckt und gedacht, oh, das muss doch klappen, das muss... Es war aber gar nicht notwendig. Und dann habe ich eine halbe Stunde drüber gerechnet und dann dachte ich mir, klappt nicht, ach, spiele ich lieber das. Und dann spiele ich es einfach und habe nur 30 Sekunden über diesen anderen Zug nachgedacht. Und mittlerweile bin ich da besser geworden, dass ich erkenne, okay, eigentlich ist es nicht nötig. Ich gucke ein bisschen rein, aber wenn es nicht klappt, mein Gott, dann mache ich jetzt mal anders weiter. Hier ist es aber nötig. Hier ist es aber nötig, weil man eben nicht so gut steht. Man hat ja auch was weniger, also hier ist es wichtig. Also damit... Ich bin bei dir. Damit der eins. Er fordert mich wieder nicht. Gut, wenn wir jetzt Dame H6... Gut, Dame H6. Gut, ich meine, auch dann könnte er hier nochmal nehmen. Ja. Wenn wir dann schlagen würden, vielleicht hätte er noch G mal H noch als extra Schach irgendwie. Als extra Schach. Um das Feld G4... Das Feld G4 in irgendeiner Form frei zu haben, um dann Dame H5 mit Schach theoretisch... Müssen wir zumindest aufpassen. Ähm, Läufer G2... Und dann ist auch Dame H2 nicht mehr so einfach möglich, weil dann Dame E5 Schach jetzt geht. Aber... Gut, wir müssen es ja... Ja. E tun. Haben wir eine Alternative zu Dame H6? Naja, wenn wir das verhindern wollten, könnten wir es nicht reden, aber das macht ja auch kein... Dann kann er... Dann nimmt er den erst recht, wahrscheinlich. Nimmt er noch auf G4... Ja, das haben wir zu viel. Wir haben zu viel weniger, oder? Also jetzt wird Zeit. Dame H6. Ich glaube auch, ne? Und Läufer G2. Gut. Das werden wir eh nehmen müssen. Was sozusagen im schlimmsten Fall passieren kann, jetzt in der echten Partie wäre vielleicht, dass es Dauerschach wird, aber letzten Endes hat er eigentlich nur eine Dame und wir haben noch einen König und einen Turm, die sich hier hintereinander verstecken können. Und zum Beispiel dieses... Er kommt ja auch nicht auf die zweite Reihe. Das ist immer wichtig. Ja, das ist wichtig, ne? Weil die Dame das gedeckt. Weil sobald er auf die zweite Reihe kommt, könnte es unangenehm werden. Aber auch dann soll das mit dem Turm reichen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob Dame D5 nicht für irgendwas gut ist. Also nach dem Laufopfer. Dame H6. Schlägt, schlägt. Dame H5. Dame D5. Weil wir Turm F3 jetzt nicht haben. Wir haben D3 nicht. Dann Flucht nach vorn, wahrscheinlich, ne? Dame E5 Schach. Ach so, auf H5 will ich ja gar nicht hin. Ach so, weil dann Dame H5... Genau, da wollen wir auf... Genau, da müssen wir aufpassen. Aber G2 Schlacht nimmt Dame D5. Kriegen wir uns hier anders irgendwie rumgruppiert? Ah, ja, wir könnten dann König G1 überlegen. Ja, dann würde er wieder da mit D4 spielen. Mit der Idee... Dann Turm F2. Dann Turm F2. Dann Dame D1. Und dann König H2. Und dann kommt er nämlich nicht mehr auf die schwarzen Felder. Dann könnte er nochmal G3 aufwollen. Oh, G3. Dann nehmen wir ihn weg. Aber auch das... Dann geht da Dame G1 Schach. Ah gut. Also das müssen wir uns gleich nochmal... Ja, aber wir haben, glaube ich, auch wieder keine Alternative. Auch das wäre jetzt in der richtigen Partie... Im Prinzip eh das Einzige. Wenn es Dauerschach werden würde in der echten Partie, dann hätte man... Ja, ja. Das ist natürlich hier auch wieder schade. Er fordert uns hier nicht. Wir gucken nochmal kurz. Aber hier haben wir jetzt wirklich überhaupt gar keine Wahl. Hier müssen wir auf jeden Fall die Dame schlagen. Ja, cool. Aber das interessiert mich jetzt natürlich nochmal... Genau. Schmaß machen Rechnen. Was sagt er hier zu diesem... Es ist tatsächlich auch die bessere Variante. Laut... Ne, jetzt nach und nach sieht der Computer... So. Gut. Dann müssen wir... Tatsächlich König... Dame... Ja. König G2... Wollten wir den hier schon? Ach, nö. Das war ja die erste... Hier. Aber es gibt die Möglichkeit, den zu opfern. Und guck mal. Jetzt ist tatsächlich das, was ich gesagt... Das war die erste Variante. Und den darfst du jetzt nicht nehmen. Es geht sogar... Boah. Dame E4 Schach reicht. Er will sogar C3 spielen, um die... Dieses Schach noch... Boah, C3 ist natürlich auch... Er will auf Gewinn spielen. Aber der... Genau. Ja. Dieses Schach. König H2. Und dann spielt er... Ach, dann kann er auch jetzt schon G5 spielen. Um dann zur Not... Ah, gut. Plus. Oh. Um dann zur Not hier zurückzukommen. Das verlieren wir. Ja. Okay, ja. Das ist verloren. Deswegen muss man dann nämlich hier tatsächlich König H2 spielen. Und opfert hier den ganzen Turm. Weil nach Dame H6... Es sieht abgefahren aus. Weiß hat kaum einen Verteidiger. Schwarz hat hier Läufer und Dame am Gegnerischen König. Ich habe keinen Bauern mehr. Aber es gibt hier keine Schachs. Weil die Dame ist ein super Verteidiger. Und der Springer auch. F2. Die decken nämlich witzigerweise alle Felder, die sie decken müssen. Unglaublich, ja. Das ist ja schon fast eine Studie, oder? Aber dann kam mir noch der. Und wir wollten jetzt ja nach dem nochmal das Läuferopfer anschauen. Genau. Hier muss man ihn nehmen, weil hier... Ah, König H2... Ja, ist nur eine Zukunftstellung. König... Aber hier macht er... So. Nehmen. Jetzt macht es eigentlich erstmal Sinn, hier zu nehmen. Und du wolltest... Nee, du wolltest Dame D5 Schach. Ja. Im Kugeln. Ja, und es kommt diese Variante, wie du es tatsächlich gesagt hast. Also ich glaube, wir haben das sehr gut gerechnet. König G1. Dame D4 Schach. Turm F2. Dame D1 Schach. Und jetzt können wir auch nach... Aber wir können auch nach H2 raus. G3 Schach. Und jetzt... Ja, jetzt spielt man... Weil ich sag, aus wie vor allem nicht König G2. Man kann den Turm ja opfern, weil hier hinten matt ist. Und wenn jetzt Dame D5 Schach... Ah, ist ja nicht so... Kann man König F3... Boah, das wäre natürlich auch nochmal eine... Und man nimmt... Ach, da mit D2 geht nicht. Ah ja, da mit D2 geht nicht. Und jetzt hat er keinen Schach mehr. Jetzt hat er keinen Schach mehr. Das haben wir ja gefickt eingeschädigt hier. Ja, absolut. Und wenn... Also gut, das hätte man aber alles nochmal... Hier hätte uns irgendwo noch... In so einer Variante hätte er uns nochmal testen können. Aber... Ach so. Er hat schon wieder gar keinen Schach mehr. Finde ich auch immer total spannend, dass das in solche Varianten, sag ich mal, die jetzt für ein menschliches Auge viel kritischer sind, überhaupt nicht komplett ignoriert werden und gar nicht berücksichtigt werden. Finde ich immer schade. Ja, und dann sieht es am Ende so einfach aus. Dann denkst du irgendwie, du machst einen Zug, der macht einen total blöden Zug. und die Variante, an der man 20 Minuten rumgerechnet hat. Und am Ende weißt du gar nicht, ob der Gegner sich überhaupt irgendwelche Gedanken gemacht hat über Verteidigungsressourcen auf diese Möglichkeiten. Ja, super. Das lief doch super. Also 2, 4, 16, alle Aufgaben richtig gelöst. Mensch. Das war doch ein tolles Teamwork. Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ja, absolut. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Dann lasst doch mal auch sonst Kommentare bei uns da, ob euch das gefallen hat, ob wir noch mal mehr zusammen machen sollen. Wir haben da schon einige Ideen, auch mal andere Sachen zu machen. Und ja, schreibt mal was dazu, wie euch das gefallen hat. Mir hat es sehr gut gefallen, Jürgen. Hat echt Spaß gemacht, haben uns da gut ergänzt. Danke, du. Mir auch. War sehr, sehr kurzweilig. Ich fand es auch krass, wie wir da diese Ideen zusammengefahren haben. Was mir richtig gut gefallen hat, war das mit diesem Anastasia-Matt. Das war gut, ja. Also du fängst damit an. Ich fange mit dir da mal eine F6-Idee an. Und in dieser schönsten Variante kombinieren sich beide Ideen wunderbar. Klasse, ne? Ja, also David, gerne wieder. Vielen Dank soweit. Dir und deinen Zuschauern weiterhin viel Spaß bei deinen Videos. Die sind ja super. Danke, danke. Kann man viel lernen. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall auch. Deswegen habe ich dich ja auch angeschrieben, weil mir das echt gut gefällt, was du machst. Und wirklich tiefsinniger, didaktischer Content. Und ja, schaut mal vorbei. Jürgen, ich bedanke mich nochmal. Ja, und dann sehen wir uns. Wir sehen uns wieder zu den nächsten Videos. Alles klar. David, dir schönen Abend. Euch schönen Abend. Macht's gut, liebe Leute. Euer Schachpanda. Ciao. Bis dann. Bis dann.